Ja hallo, zurück zu Inquisition. Wir sind hier an der Sturmküste auf der Dracheninsel und gucken mal, ob wir den Drachen hier kaputt kriegen können. Der ist ziemlich untriebig, würde ich mal sagen. Oh, das hat doch schon mal geklappt. Schon mal was abgekriegt. Mensch, lass mich mal gucken. Ah okay, da kann so ein Schild hochfahren. Ah, der Fokus schon wieder verfügbar. Erstmal machen. Okay, der teilt gut aus, wir aber auch. Ah okay, fährt wieder mein Schild hoch. Okay, nicht anfeuern lassen, Bulle. Komm mit. Boah, der ist stark, Leute. Der ist stark. So gucken, was haben wir hier? Ja, ein Bulle und mir mal was gönnen. Komm mal her. Ja, hat den Bullen nicht erreicht. Das ist jetzt blöd. Okay, hinterher. Bulle. Ah, der ist ja kaputt, ey. Der springt auch ganz gut hier, der Gute. Okay, wir haben die Hälfte ungefähr rum. Das ist gut. Das ist nicht so schlecht aus. Komm, rüber. Sauber hinterher, komm. Aber der mäht hier einfach mal mit seinen Flügeln die Bäume weg. Ja. Komm, Bulle, nicht immer davor stehen. Das bringt nichts. Alter, hat er sich hier wegnetzeln lassen. Sauber. So. Da hat er gut was abgekommt. Ah. Ah gut. Okay, jetzt haben wir noch ein Drittel ungefähr vor uns. Bulle, machst du mit oder stehst du da rum? Picknicken oder was? Mann. Ah, der ist zäh. Echt? Boah. Oh, der strauchelt schon sehr gut. Und ein kleines Getränk. Ja. Okay, er macht nochmal schön auf Drachenhaut. Bulle, komm mal her, ich gönne uns nochmal was. Warte mal, Bulli. Okay, ich bleib stehen. Ja, sehr gut. Super. Hoffentlich geht Vivian jetzt nicht drauf. So, komm hinterher. Shit. Vivian ist natürlich jetzt draufgegangen, aber wir haben ihn gleich. Ich glaube, das können wir riskieren. Oh, Bulle ist auch kaputt. Oh, ob ich das alleine schaffe, das ist jetzt mal die große Frage. Das glaube ich nicht. Shit. Oh, ich gucke mal, ob ich die Vivian noch kriege. Wo ist sie denn? Da hinten irgendwo. Das ist Bulle. Das ist Vivian. Komm. Ah, Vivian gleich wieder kaputt gegangen. Ist schwach. Komm. Alter, jetzt hat er mich auch kaputt gemacht. Das glaube ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht glauben. Eingetränkt noch. So, jetzt muss ich aber mal wenigstens mich dann wieder hochpäppeln. Okay, dann kloppe ich jetzt nur noch auf den einen. Anders geht's ja scheinbar nicht. Oh, Sarah, ganz alleine. Habe ich noch irgendein wunderbares getränkt. Ja, das hier. So, jetzt gibt's nur noch mich und ihn. Hoffentlich schaffe ich das. Drück mir die Daumen. Oh, nee, ne? Jetzt fährt er noch mal komplett das Ding hoch. Scheiße. Jetzt hält er still. War's das? Krass. Glück gehabt, Leute. Wow. Alles klar. Ah, das war knapp. Vielleicht ist nur Hack'n'Slay dann doch nicht die richtige Wahl, aber sehr cool. Einzigartiger Dolch, ja. Drachentöterruhne. Oh, und die anderen sind alle einen aufgestiegen. Ach so, das nehme ich natürlich mit, das Zeug. Super, total aufregend. Alles klar, dann schauen wir mal, ob wir hier noch was finden oder uns gleich die nächsten Drachen schnappen. Also, bis dann. Ciao. 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 Ciao.